Hallo liebe Kinder, heute öffnen wir schon unser 23. Türchen. Und zwar machen wir heute, oder üben wir heute ein bisschen die Kopfbände. Da habt ihr auch den Kopf. Alle erstmal den beiden, die wir im ersten Video gesagt haben. Genau, und ihr macht so viele Kopfbände, so oft genau wie eure Lieblingszahl ist. Also ich mache es jetzt viermal. Ihr könnt es auch einfach dann halt immer wieder aufmachen. Genau, so. Das waren die Kopfbälle. So, und jetzt beginnt sie auf den Front. Die Kopfbälle. 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 Musik Musik So, und jetzt kommen wieder die Kompfände dazu. Denkst du auch für eure Lieblingszahl. Genau, und das war's von heute auch schon wieder. Schön, dass ihr dabei wart und bis morgen. Tschüss! Musik